Ist die Säge am Säge? Ich würde mal sagen, natürlich Stößerle aufs Pöpöchen. Endlich mal ein guter Kaffee. Endlich mal wieder einen guten Kaffee. Digger, Alter. Ich wüsste ja gar nicht, wie gut er tut. Ich wüsste ja gar nicht, wie sehr... wie gut er gerade mundet. Ganz, ganz schlimm. Oder wenn du den ganzen Tag so einen Dreckskaffee saufen musst. Und dann trinkst du mal einen guten Beiste. Beiste. Endlich mal einen guten. Das Gute ist wenigstens. Die Mission ist auch wieder extrem hoch gelevelt. Level 18 oder irgendwas. Also wir werden es definitiv ein bisschen schwerer haben. So schaut's aus. Ja, moin, wenn du. Schön, dass du einmal wieder da bist. Ja, was grüßt ihr? Alles größte, Paulett, wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. Oh, der ist einer schon übermütig. Der ist schon einer motiviert. Bis deppert, Alter. Ja, seh, seh, klar. Das bann ich mal wieder. Oh, Wahnsinn, oh Wahnsinn. Bittl übermütig. Mit elektrischen Hammerer da. Bis deppert, Alter. Und der Enkel wieder. Wieder Flasher. Ich bin's persönlich. Die Welle ist geschattet. Dann sollen sie mal da herkommen. Aber für jede Weile, wenn du da Welle und alles drin hast. Hat was, hat was. Jetzt bin ich eh gespannt, ob die relativ schnell da sind. Ja, wir haben eh was weiter, Alter. Bis deppert, Alter. Wir werden bemüht. Die gehen eh schneller hier, so was schauen. Kannst du da? Der versteckt sich, der Waffe. Das ist ja nicht fair. Der versteckt sich, aber das ist ja wahnsinnig. Der kann doch eh noch durchsprayen, oder wie das Video. Aber Wahnsinn, nur die Strikes hier. Nur die Strikes, Alter. Aber am besten ist der aber auch nicht mehr. Na, alles okay. Ja, genau. Vorzeit-Win war wichtiger als die Tore. Ja. Eieieieiei. Und das höre ich gerade von meinem Mod. Wahnsinn. Irgendwie schwer enttäuscht. Aber irgendwie auch das Fett. Würde ich genau so machen. Oh, erste Welle überstanden. Na Gott sei Dank, Alter. Ah, Wahnsinn. Was für Rank. Schlimm, Alter, schlimm. Einfach mal geholt. Muss natürlich mal wieder daherkommen, damit er vielleicht so sein Gewissen quasi bereinigt. Sagen wir es mal eher so, damit er sich dann doch nicht so sehr schlecht fühlt, dass er mal wieder dieses Creek of 25 erreicht hat, Digga. Ab und zu auch mal so eine kleine Nachricht, der Brande. Hey, yo. Hier ist Wendo. Ich lebe noch. Gehört ja auch mal ab und zu dazu. Überhaupt nicht auf abgehobenen Wind des Tages. Ja, Moin, Alter, geil. Aber wenn du kommt, dann haben wir wieder einen Spaß. Das ist nicht so. Okay. Aber nur auf seine Kunde. Da habe ich mich fortgefragt. Nein, überhaupt nicht. Oh, geil. Ich sehe ja schon wieder, wie du damals gebattled hast. Ich sehe dich noch immer mit diesem Schnauzer vor mir. Ich sehe dich noch immer vor mir mit dem Schnauzer. Ja, ich bin unbedingt. Ich bin Mendo Hill unbedingt. Was werden? Mega. Ja, die Bärm, die Bärm, die Bärm, die Bärm, die Bärm. Ich bin ja lecker, Alter. Ich bin ja wieder zu lecker, Alter. Hast du das schon mal nur noch zu zweit? Oder ist überhaupt irgendein Mann gewesen? Ich habe einen dritten Rennen. Ich habe mir jetzt nicht mehr so vorgelegt, aber sie habe mich gespielt. Scheiße, sind da zwei andere mitgestattet. Die machen nichts, das ich, und ich kann die ganzen Hütten da verteidigen, habt ihr recht. Aber Wahnsinn. Ja, genau, verpiss dich, hast du ja eh recht, lasst mich mal wieder ins Stich, lasst mich mal wieder alleine, du Hund, und. Das sicher machen wir weiter, Alter, was ist da los, Alter. Wir haben erst mal gerade den ersten Win des Tages, die wollen sich alle wieder verpissen, Digga. Ja, und dann da los, let's go, fortfahren. Fieks. Oh, ich will. Das ist geil. Das ist geil, sind wir schon schön gestiegen und alles, fabermessig, Alter. Aber dafür merkt man schon, ein bisschen stärker sind sie. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ins Gebiet. Aber trotzdem schön, dass du da bist. Oh, wenn er schneller wegwollt, ist wie ein Fick. Aber Wahnsinn, ja wenigstens ist er nur einer am Leiden, nein, immer ich. Ha, 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 ja, passt. Auch gut zu wissen. Ich wünsche dir auch viel Spaß. So, sind wir schon wieder beim nächsten zu verteidigen? Ja, sicher müssen wir verteidigen. Leil, Alter, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Hopp, 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 hopp. So schaut's aus, Alter. Wir müssen wieder verteidigen, damit wir ein paar Belohnungen da herkriegen. Oh, sehr gut, sehr gut. Dann kann ich dir dann definitiv noch viel Spaß machen. Definitiv, definitiv. Wie der Box. Es ist schon Respekt, es ist schon Respekt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, was für welche hast du schon passiert gehabt? Wie du mich so, mal so lang kann am Rande. Das ist geil. Mehr Masse, Schlappklasse. Ja, moin. Wichtig und wichtig. Sind wir jetzt alle von da unten, oder was? Da beißt's doch der Kopf. Und der Hahn, der wird mit der Verfolge. Okay, okay. Was wir immer ständig aufspießen, wie beim Töner-Spießer. Oh, doch, da muss ich mir die haben. Da ist halt wirklich zu sein motiviert. Und ich glaube, meine Reins sind auch relativ gut motiviert. Mit der nächsten Welle und der nächsten Welle und der nächsten Welle. Mir kommt es ja sogar fast so vor, wie könnte man eigentlich relativ gut leveln? Nicht bei dem Gegend. Aber Freakars wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Man kann echt gut, echt, echt, wirklich sehr, sehr gut. Also, na, okay. Also, die hat jetzt so richtig wie wein geschissen, Alter. Bist du, Körper. Aber immer wieder, oh, Level up. Nice. Gleich links am Meisterrang. Bitte mach Meisterrang, Digger. Ja, ha, 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 ha. Auf Chili geht auf. Ganz, ganz Chili. Oh, ja, heute anpass mit der Verbindung, was ist da schon wieder los hinter der Felsgesäuung. Nicht so weit. Boi. Es ist schlimm. Aber wir tun, wir tun und machen. So ist unser Lott. Oh, fuck. Jetzt scheiß da gerne komplett rein. So, einmal den, einmal den, einmal den, einmal den. Den verdienen wir wohl eh irgendwo wenigstens wieder drüber an Schütz. Ich will schon sagen. Und ein ganz Traumfötze mit der Waffe, die ist auch normal. Die ist echt, echt geil. Du schießt, du schießt, du schießt, was das Zeug geht. So geil. Du schießt. Einfach verliebt in die Waffe. Verliebt. Wir sind noch Kami-Züchbezäuber. Ja, aber wir sind trotzdem erst bei mir. Wundert mich ehrlich. Wow. Okay, dafür Respekt jetzt. Dafür jetzt definitiv Respekt. Holy moly, der hat ihn so richtig schön zerlegt. Aber richtig schön zerlegt. What the fuck. Da ging es mit der Kugel. Bam, bam, bam. Und ich finde aber auch preislich ist es halt auch super. Es zahlt sich eigentlich voll aus. Da plötzlich auch sogar 70.000. Ja. Wahrscheinlich kriegen wir dann 100.000. Oder vielleicht kriegen wir sogar bestimmtes Item oder irgendwas. Ich soll schon sagen. Mach. Mach definitiv Bock. Aber jetzt. Ja, jetzt merke ich es da. Ja, jetzt. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt ist es definitiv ein bisschen anders. Merke ich nicht. Merke ich nicht. Jetzt schulbt es. Jetzt schulbt es die Gegner. Besser. Jetzt kann es wieder mehrere Sachen. Aber einmal wieder verteidigen. Oder was? Scheiße. Scheiße. Sobsegern. Ja, sobsegern. Hmm. Finde ich aber auch irgendwie geil. Finde ich geil. Dass wenigstens ein bisschen was zum tun. Bistippert. Bissl was zum tun. Bin eh hin. Hüfe. Hüfe. Ich glaube da eher weniger, dass man da an einem Film wird. Aber gut. Passt. Da ist selber reingeschissen, hätte ich gesagt. Habe da sicher. Auch finde ich geil. Da merkt es gleich einen ganz anderen Schwierigkeiten. Gerade und alles. Finde ich super. Aber wie es um mich herum schwirrt. Ach so, die anderen haben auch Probleme. Okay, das ist gut. Einer hat sowieso gleich verlassen. Und sogar so 26 hat auch schon ein paar Probleme. Und alles drum und dran. Ah okay. Also bin ich nicht der Einzige Treffer. Ich bin wenigstens nicht der Einzige Truppe von Dienstag immerhin. Ich bin nicht der Einzige Treffer. Äh, auch was geht. Ich habe ein komisches Gefühl. Ganz, ganz. Ja. Ich habe gerade ein extrem komisches Gefühl. Also Welle 5. Schaut da ein bisschen scheiße aus. Aber man levelt extrem gut. Also bin ich jetzt schon wieder fast gesprungen. So schaut es aus. Also das ist schon ein Hit. Jetzt muss nur noch der 21er. Dann hat es irgendwie da geblasen. Irgendwie überleben. Sechs Todeswelle. Ach du Scheiße. Ich bin eh wenigstens gleich bald wieder drin. Bald ist gut. So ist es hier nicht. Das ist schon ein bisschen Masse. Das ist schon ein bisschen Masse. Dann wird natürlich gleich mal wieder alle auf mich schauen. Ich sehe klar. Ich sehe klar. Däger. Aber als Grün. Die kommen jetzt alle zu uns. Das ist ein Bescheid was. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich bin. Oh, 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 oh. Ich bin jetzt alle nirgendwo. Ich bin jetzt bitte alle nirgendwo. Ja, genau. Bist du Tepperträder. War aber fast kurz gelevelt. Ja, immerhin. Drei, vier Jahre war ein Meiergewacht. Gleich war fast gelevelt. Geil. Das taugt mir. Das taugt mir. Aber zuerst wenigstens verbleibende Monster noch. Wow. Also ich glaube der Phrasen oder so. Irgendwas in der Richtung. Das war auch nicht schlecht. Ich glaube der ist definitiv nirgendwo. Uuuuuh. Uuuuuh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da muss ich wirklich ein bisschen mehr aufpassen. Genau. Bei mir. Ja, ein Biss. Das ist der Eben. Da sind sie jetzt alle motiviert. Da sind sie jetzt echt mit dem alle wieder motiviert. Ha, der hat sich jetzt selber geholfen. Also mich so gescheitert. Also wenn man zu lange braucht dann wahrscheinlich. Aber wow. Das ist super. Da levelst wenigstens. Das ist super. Das ist live und das gefällt mir. Da können wir definitiv gern drüber reden. Dass ich das nochmal mache. Das hat mir taugt. Das hat mir jetzt echt taugt. Fand ich super. Bin ich echt nicht schlecht. Passt. Ich hab gesagt gehabt. Wir schauen. Okay, Weltkarte will er mir jetzt wahrscheinlich noch. Achso, reisen. Der will mich extra jetzt wieder dort rumschicken. Oder was? Na, geöffel. Was will der mich jetzt rumschicken extra? Was scheißt mir jetzt komplett rein? Was für rüber schicken, Digga? Achso, der wird wahrscheinlich wieder so ein extra Auftrag. Oder sonst muss er es da herkriegen. Ja, ja. Ah, mit Bunny austauschen. Oh, okay, 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 okay. Der will jetzt unbedingt, dass ich quasi auch Charakter wechsle. Oder wie? Oder na, der will mir einfach nur wieder präsentieren. Heißt, yo, du. Da hab ich das, hab ich das. Dadurch, dass du eigentlich auch quasi von den Texten immer viel zu schnell wieder fertig gehst, du ihn einfach ein bisschen überspringen. Ich hoffe, ich nehme es mir das nicht bloß. Äh, nimmt mir da keine Rücksicht auf die Texte. Aber gut, sie wissen, dass es da eigentlich auch schon wieder was gibt. Also da wird wahrscheinlich wieder was fertig sein. Rechne ich damit. Ja, das war eh klar. Ja, das war eh klar. Also die ganzen Depperte Animation brauche ich nicht unbedingt, aber nimm einfach nur bitte das. Musst mir jetzt nicht unbedingt präsentieren, dass das fertig geworden ist, aber passt schon. Rest los ist sicher, zahlber die alte Intrusse.